Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir mussten gerade das Intro schon zweimal drehen. Auf jeden Fall sind wir unterwegs zum Supermarkt und zwar gehen wir einkaufen und zwar für vegane Rezepte. Ich bin so ein bisschen motiviert wieder mich mehr vegan zu ernähren und deswegen folgen jetzt in Zukunft so ein paar Rezepte für euch, aber dafür müssen wir natürlich erstmal einkaufen gehen, weil ohne Nahrungsmittel ja nichts los in der Küche. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, wie teuer das Ganze ist, weil es wird ja immer so gesagt, vegane Ernährung ist so teuer und ich glaube, ich habe mal so die Rezepte durchgeguckt, ich glaube, es wird nicht so teuer werden, aber ich bin selbst ein bisschen gespannt. Ja, wir melden uns gleich wieder aus dem Supermarkt. Okay Leute, wir sind jetzt angekommen beim Lidl und gehen jetzt mal rein und mal gucken, ob wir alles bekommen, was wir suchen. Ich habe die Befürchtung, wir müssen in zwei verschiedene Supermärkte, weil wir nicht alles hier bei Lidl bekommen werden. Ja, ein Nachteil zu machen. Okay, Lidl erledigt. Um die 16 Euro. Ich bin mega überrascht, dass es so günstig war. Ich habe echt damit gerechnet, es wäre teurer. Jetzt geht es noch zu Rewe, weil wie schon erwartet, kriegt man jetzt hier bei Lidl nicht alle Produkte, die man so braucht oder sucht. Ne, Viktoria? Ja. Freust du dich, dass wir jetzt vegan sind? Wir sind nicht vegan. Du bist vegan. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr gerne wollt, dass die Vicky auch Veganerin ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt bei Pete Eyre auf dem Kanal. Er hat sich halt den Film Game Changer angeguckt und war dann mega motiviert. Und die Dani, die ihr auch aus dem Video kennt von der Po-Übung, zieht im Moment auch vegan durch. Und ja, ich bin ja eigentlich in Wirklichkeit gar nicht so vegan. Ich esse einfach nur wenig Fleisch und allgemein wenig tierische Produkte. Das kam so mit der Zeit. Durch Steve hat mich so ein bisschen angesteckt, weil er schon ziemlich lange vegan ist. Ich glaube, mittlerweile nur noch vegetarisch. Und ich habe dann den Film Game Changer auch geguckt und bin jetzt auf jeden Fall mega motiviert, das wieder mehr durchzuziehen, weil die Vorteile echt krass sind. Wenn man jetzt so, wenn man alles glaubt, was die gesagt haben, dann sind die Vorteile echt richtig, richtig krass. Also ich kann, nehme jetzt nicht zu viel vorweg, aber wenn ihr Netflix habt, zieht euch die Doku rein. Anderthalb Stunden ist super easy gemacht, es ist nicht so anstrengend zu gucken. Und ja, macht euch selbst ein Bild und entscheidet selber. Ihr könnt so ein bisschen verfolgen jetzt, wie ich das Ganze mache, weil ich dokumentiere das jetzt einfach mal so ein bisschen, wie so die Veränderung ist und haltet euch so ein bisschen auf dem Laufenden. Und ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Rewe. Und dann muss die Vicky noch zur DM, weil die hat mal wieder die Hälfte vergessen zu Hause. Sie grenzt nur, sie sagt schon extra nichts. Ist jetzt Kamerafrau. So, Rewe erledigt. Ich sage euch eine Sache. Lasst nicht die Frau noch in DM gehen, weil das Parkticket abläuft. Dann sitzt ihr am Ende vorm DM mit den Einkäufen und müsst warten. Macht es einfach nicht. Weil das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist Frauen alleine in DM schicken. Ich glaube, das ist einfach prinzipiell so. Es war nicht mein DM. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Hause und haben alles bekommen. Sogar ein bisschen mehr noch gekauft. Aber das ist jetzt nicht für das, also nicht für die Rezepte, sondern einfach so jetzt zum Mittagessen zum Beispiel und jetzt für kurz zwischendurch. Die Sachen rechne ich gleich raus mit dem Einkaufszettel und dann gebe ich euch die Preise. So Leute, zurück vom Einkauf. Ich zeige euch jetzt, was wir eingekauft haben. Oh, meine Haare sind wieder richtig gut im Start. Ja. Ja. Okay. So, wir haben vegane Wattepads. Vegane Zitrone. Vollkorn Tortilla Wraps. Veganen Käse. Irgendwie, wir haben fast gar nicht so vegane besondere, keine Ahnung was Sachen gekauft, so wie Like Meat zum Beispiel. Passierte Tomaten. Tomatenmark. Räucher Tofu. Vegane Salat. Sojamilch. Herzen. Herzen. Dann, dann eine vegane Zucchini. Vegane Paprika. Jede Menge Hummus. Vegane gehackte Mandeln. Vegane Kidneybohnen. Brot. Vegane Erzen. Das ist für Mittag. Laugenbrötchen. Ich bin mir nicht sicher, ob die vegan sind. Dann haben wir so einen Käse. Der ist auf jeden Fall nicht vegan. Vegane Gurke. Petersilie. Petersilie. Vollkornnudeln. Und veganen Knoblauch. Was? Ja. So. Und jetzt wird es eigentlich richtig spannend, weil jetzt geht es darum, wie teuer war das Ganze. Ich muss mein Portemonnaie suchen. Einen Moment. So. Ich glaube, es ist günstiger gewesen als meine normalen Einkäufe. So. Kassenzettel. So. Der erste Einkauf bei Lidl war 16,03 Euro. Da müssen wir abziehen. Den Weichkäse 1 Euro. Also 99 Cent. Das heißt, da sind es nur noch 15 Euro. Und die Laugenbrötchen. 1,45 Euro. Können wir sagen, 14,50 Euro war der erste Einkauf. Und der zweite. Da. Espresso, Vanille und den überteuren Starbucks-Kaffee. Beide zusammen 2 Euro, 3 Euro, 3 Euro 50 circa. Das heißt, von den 12,01 Euro müssen wir 3,50 Euro abziehen. Du kannst Mathe. 12,01 Euro minus, oder sag 12 Euro minus 3,50 Euro. Das sind 8,50 Euro. 8,50 Euro plus, was war der erste? 15 Euro oder so, ne? Ne, 14,50 Euro. Das sind 22 Euro, 23 Euro. 23 Euro haben wir bezahlt für diesen Einkauf. Und normalerweise, wenn ich so einkaufen gehe, das ist jetzt auch für vier Rezepte. Wenn ich normalerweise einkaufen gehe für so nur Abendsalat und vielleicht noch so ein bisschen was zwischendurch, zahle ich immer um die 30 Euro fast. Also ich bin ein bisschen verblüfft, dass es doch so günstig ist. Wenn ihr Produkte wie Like Meat und so kauft, dann wird es auf jeden Fall teurer. Übrigens, richtiges Glück, ne? Red Bull ist übrigens vegan. Wusstest du das? Echt? Ja, Red Bull ist vegan. Ja, ähm. Soviel zum ersten Einkauf. Die nächsten Videos werden dann die Rezepte sein. Und dann wird es richtig spannend. Wir werden das alles dieses Wochenende abdrehen. Das heißt, die Vicky muss dieses Wochenende kochen. Und ich muss filmen. Oh nein! Aber ich gebe ihr Anleitung. Gott sei Dank. Ja, Leute, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wie das sich so entwickelt mit vegan und so weiter, dann abonniert diesen Kanal. Daumen nach oben nicht vergessen. Haut gerne mal einen Kommentar rein, was für vegane Rezepte ihr euch so wünschen würdet. Es gibt ja fast alles vegan. Man kann ja Burger vegan machen. Man kann Pizza vegan machen. Alles Mögliche kannst du vegan machen mittlerweile. Und ich räume jetzt hier fertig ein. Und bin gespannt, was für Kommentare kommen. Wenn ihr allgemein irgendwie Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich kann es dann im nächsten Q&A beantworten. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.